Wer eine Liegenschaft besitzt, betont manchmal, dass er auf eigenem Grund und Boden lebt. Das muss aber nicht immer so sein. Grund und Boden lässt sich nämlich auf längere Zeit, meist 30 bis 100 Jahre, auch mit einem Baurechtsvertrag pachten. Cornel Tanno vom HIV Zürich kennt Rechtslage. Baurecht ist das Recht von jemandem, auf fremdem Land eine Bauten zu erstellen. Das ist eine Abweichung des sogenannten Akzessionsprinzips. Das Prinzip sagt, dass ein Haus, das fest mit einem Land verankert ist, auch das rechtliche Schicksal des Landes teilt. Das heisst, der Landeigentümer ist automatisch in den Regeln auch Eigentümer des Hauses. Und ein Baurecht ist gerade eine Abweichung dieses Prinzip. Wem macht es Sinn, mit einem Baurecht zu bauen? Es gibt verschiedene Motivationen, wieso man das macht. Ein Verkäufer, der vielleicht nicht selber ein Land überbauen will, aber auch nicht das Land verkaufen will. Dann kann er das Land jemandem zur Verfügung stellen, damit er dort eine Liegenschaft oder ein Haus bauen kann. Und aus Sicht des Baurechtsnehmern, er hat nicht die finanzielle Möglichkeit, auch das Land zu kaufen, weil ihm das zu teuer ist. Aber er möchte trotzdem etwas bauen, ein eigenes Heim haben. Das sind so Konstellationen, die in der Praxis öfter vorkommen. Wie geht man vor, wenn man einen Baurechtsvertrag abschliessen will? Die zwei Parteien, einerseits der Landeigentümer und andererseits derjenige, der bauen will, kommen zusammen, schliessen einen Baurechtsvertrag ab und klären in dem Baurechtsvertrag die Einzelheiten des Vertrags. Und was passiert, wenn der Vertrag ausläuft? Zwei Konstellationen, die denkbar sind. Die erste Konstellation, wir begründen ein neues Baurecht, wieder auf 100 Jahre, das ist möglich, das kann man machen, wenn Parteien einverstanden sind miteinander. Und wenn Sie keine Einigung finden, dann kommt der sogenannte Heimfall zu anwendig. Also das Gebäude geht dann nach dem sogenannten Akzessionsprinzip, das ich am Anfang erwähnt habe, auf den Eigentümer vom Land zurück. Also der Eigentümer vom Land wird jetzt nach Ablauf dieser Frist auch Eigentümer vom Haus. Kommt der Eigentümer vom Haus eine Entschädigung über? In der Regel wird natürlich eine Entschädigung gezahlt. Das macht man in der Regel auch schon im Baurechtsvertrag selber ab. Also in der Praxis üblich sind etwa 70 bis 80 Prozent vom damaligen Verkehrswert, wo dann die Liegenschaft oder das Gebäude wird haben. Das wird etwa die Höhe der Entschädigung sein.